Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir hatten uns in der vorigen Vorlesung der Chemie 5 mit den Säuren und Laugen befasst, konnten aber das relativ komplexe Thema nicht komplett beenden. Deswegen befinden wir uns jetzt in der Vorlesung Nummer 6, wo es quasi hier um den zweiten Teil geht und bei diesem Teil fixieren wir uns nicht so sehr darauf zu klären, was Säuren und Laugen sind. Das hatten wir in der vorigen Vorlesung ausführlich durchgesprochen. Nein, diesmal geht es im ersten Punkt um den pH-Wert, beim zweiten davon abgeleitet, was starke Säuren und Laugen sind und beim dritten was schwache Säuren und Laugen sind und insgesamt wie wir diese ganzen Sachen da berechnen können. Ja, ohne groß drum herum zu reden, würde ich sagen, fangen wir einfach an. Und zwar, der pH-Wert ist erst einmal ein Maß dafür, wie sauer oder basisch eine Lösung ist. pH ist kurz und steht für Potential Hydrogenie, was so viel wie Kraft des Wasserstoffs bedeutet. Manche übersetzen es auch mit Macht oder Stärke des Wasserstoffs. Ist, denke ich, alles einerlei dasselbe. Demnach ist der pH-Wert ein negativer dekatischer Logarithmus der Wasserstoff-Ion-Konzentration und sein Gegenpart ist der sogenannte pH-Wert, welcher nicht die Konzentration der Hydronium bzw. Wasserstoff-Ion, sondern der Hydroxid-Ion quasi misst. Immerhin von der, sagen wir mal, eher alten These ausgehend, was Säuren und Laugen sind und zwar alles, was Wasserstoff abgibt oder Hydroxid-Ion ist natürlich nicht komplett richtig, aber das passt eigentlich noch ganz gut. Aufgrund der Autoprotolyse des Wassers, das ist die Fähigkeit von Wasser, quasi mit sich selbst eine protolytische Reaktion einzugehen. Das hatten wir in der vorigen Verlesung ja geklärt, was das ist. Sprich, einer der Beteiligtenstoffe ist ein Proton-Donator, gibt also ein Proton ab. Der andere ist ein Proton-Akzeptor, nimmt folglich das Proton auf. Das ist auch der Grund, warum Wasser teilweise dissoziiert vorliegt. Wir sehen hier, zwei Moleküle Wasser reagieren in einer Gleichgewichtsreaktion zu den Hydrogenium-Ionen H3O+, und ein Hydroxid-Ion OH-. Anhand des Massenwirkungsgesetzes, kurz MWG, das beschreibt, dass bei solchen reversiblen Gleichgewichtsreaktionen, wo das Gleichgewicht liegt. Und dieses Gleichgewicht wird als Gleichgewichts- oder Massenwirkungskonstante angegeben mit dem Formelzeichen K. K ist dabei der Quotient aus dem Produkt der Konzentration der Produkte, geteilt durch den Produkt der Konzentration der Edukte. Etwas anschaulicher dargestellt, K ist Konzentration Produkt 1 mal Konzentration Produkt 2 mal Konzentration Produkt 3 und so weiter und so weiter. Das Ganze geteilt durch Konzentration von Edukt 1 mal Edukt 2 mal Konzentration Edukt 3 und so weiter. Okay, mit diesem Wissen ausgehend, können wir für die Autoprotolyse des Wassers folglich sagen, K ist die Konzentration der Hydrogenium-Ionen mal der Konzentration der Hydroxid-Ionen, also die Konzentration der jeweiligen Produkte, geteilt durch die Konzentration von Wasser mal Konzentration von Wasser, sprich die Edukte. Wichtig dabei ist zu wissen, dass diese Eigendissoziation, diese Autoprotolyse da oben, dass sie sehr, sehr gering ist und daher kann man die Konzentration des Wassers näherungsweise mit 1 gleichsetzen, weil es fast nicht dissoziiert. Damit hätten wir K ist Konzentration Hydronium-Ionen mal Konzentration Hydroxid-Ionen, geteilt durch 1 mal 1, also insgesamt dieser ganze Sache geteilt durch 1, also können wir es weglassen. Vereinfacht haben wir also die Massenwirkungskonstante K für Wasser hier, mit Konzentration der Hydronium-Ionen mal der Konzentration der Hydroxid-Ionen. Haben wir die Sache doch schon mal gut vereinfacht. Diese spezielle Gleichwichtungs-Kante wird als Ionenprodukt des Wassers bezeichnet. Klar, das da oben sind die Ionen, die entstehen, wenn Wasser mit sich selbst reagiert, ist also ein passender Name. 1894 hat Friedrich-Welm, Georg Kohlrausch und Ernst Heidweiler durch elektrische Messungen vom Rheinwasser in ein Vakuum das Ionenprodukt festgestellt und haben dabei gemessen, dass K gleich 10 hoch minus 14 mol² pro Liter zum Quadrat ist. Also winzig-winzig klein. Da die Konzentration der Hydronium-Ionen gleich jene der Hydroxid-Ionen ist, können wir also logischerweise sagen, dass deren Konzentration dasselbe ist wie die Konzentration zum Quadrat. Ist also V aus K gleich Konzentration H3O plus mal Konzentration OH minus wird C². Wenn wir die oben durch Friedrich-Welm, Georg Kohlrausch und Ernst Heidweiler bestimmte Konstante als das Ionprodukt des Wassers einsetzen, mit 10 hoch minus 14 mol² durch Liter² erhalten wir. 10 hoch minus 14 mol² durch Liter² ist die Konzentration zum Quadrat. Bietet sich an, die Sache umzustellen, indem wir einfach die Wurzel ziehen. Denkt dran, bei der Wurzel von Potenzen ist es so, als würde man 10 hoch minus 14 mal 1,5 rechnen, also hoch minus 14 mal 1,5. Ist also dann 10 hoch minus 7. Bei den anderen können wir einfach das Quadrat wegkürzen. Es verbleibt 10 hoch minus 7 mol pro Liter ist die Konzentration. Und das ist sowohl die Konzentration der Hydronium-Ion oder auch der Wasserstoff-Ion. Je nachdem, wie man es jetzt betrachtet, ob man sagt, okay, alte Betrachtungsweise, hier wäre quasi Proton abgegeben, was im Prinzip für den pH-Wert von der Logik her richtig ist, von der Bezeichnung. Von der Reaktionslogik her wäre es sozusagen die Konzentration der Hydronium-Ion, weil halt nicht wirklich Wasserstoff-Ion, also Proton, frei rumliegen, sondern sich mit Wasser zu Hydronium-Ion verbinden. Im Endeffekt ist es aber egal, weil für die Berechnung ist das derselbe Wert. Denn jetzt haben wir die Konzentration der Wasserstoff-Ion und da der pH-Wert ja der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoff-Ion-Konzentration ist und seine Formel p ist gleich negativer Logf der Konzentration der Wasserstoff-Ion ist. Wie wir jetzt oben die Konzentration haben, dann können wir folgendes erhalten, wobei die Einheiten immer weggelassen werden. pH ist der negative dekadische Logarithmus von 10 hoch minus 7. Tippen wir das Neurom-Taschenrechner oder so ein, haben wir pH vom Wasser ist gleich 7. Das bedeutet wiederum, dass bei einem pH-Wert von 7, der dem Wasser entspricht, die Menge an Wasserstoff und Hydroxid-Ion in gleicher Konzentration vorliegen und daher Lösen mit einem pH-Wert von 7 neutral sind. Denn wir erinnern uns, alles was ein Überschuss an Wasserstoff bzw. Hydroxid-Ion hat oder ein Überschuss an Hydroxid-Ion ist immer ätzend. Bzw. wenn es Hydroxid-Ion sind, ist es basisch. Wenn es Hydroxid-Ion oder Wasserstoff-Ion sind, ist es sauer. D.h. alle Lösungen mit einem höheren pH-Wert sind basisch, weil die Anzahl und damit die Konzentration der Wasserstoff-Ion geringer ist als je in des Wassers. Ja, auch wenn es pOH- von der Logik her dann mit Hydroxid-Ion gleichsetzt, hier geht es dann um die Konzentration der Wasserstoff-Ion. Und dies nach dem Donator-Acceptor-Prinzip ja quasi genauso. Wiederum logischer ist dadurch natürlich, dass alle Lösungen, die einen niedrigeren pH-Wert haben, sauer sein müssen, weil die Anzahl und damit die Konzentration der Wasserstoff-Ion höher als jene des Wassers ist. Verschiedene Stoffe ändern ihre Farbe je nach pH-Wert. D.h. anhand der Farbe kann man relativ schnell den pH-Wert ablesen. Diese Stoffe werden Indikatoren genannt. Hier rechts sehen wir mal als Beispiel einen dargestellt, der von pH-2 bis pH-12 geht. Der bekannteste Indikator ist höchstwahrscheinlich Unitest. Der ist in Wahrheit aber nicht ein Indikator, sondern ein Gemisch aus vielen verschiedenen Indikatoren und erreicht von dem sauersten pH-Wert 0 mit Rot bis 7, was neutral ist mit Grün, und schlussendlich 14, was sehr alkalisch bzw. basisch ist mit Blau. Damit sind wir jetzt bei dem Teil, wo es rechnerisch besonders interessant wird, angekommen. Und zwar, wie man den pH-Wert berechnet. Und hier müssen wir grundlegend erstmal unterscheiden zwischen starken Säuren und Laugen und schwachen Säuren und Laugen. Wir fangen mit den starken an, weil da die logische Herangehensweise des Chemikers nachvollziehbarer ist. Die Berechnung der schwachen ist einfacher, aber die der starken ist logischer. Erstmal müssen wir uns bei beiden Fällen mit der sogenannten Säurenkonstante, PKS, beschäftigen. Das ist Potenzia, der Stärke der Wasserstoff-Ionen, der Säure, wenn wir so wollen. Und die gibt an, wie stark halt eine Säure ist. Das Gegenteil dazu ist die Basenkonstante, PKB, die gibt halt an, wie stark eine Basis ist. Vorsicht, nicht irgendwie den Fehler machen, zu versuchen, PKS und PKB miteinander zu berechnen. Das funktioniert nicht. Die sind experimentell bestimmt worden. Und deswegen lassen sie sich aus diversen Tafelwerken etc. entnehmen, aber es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen denen, obwohl es einen direkten Zusammenhang zwischen pH-Wert und POH-Wert gibt. Wichtig ist, eine Säure mit einem PKS kleiner gleich 0 gilt als starke Säure. Eine Basis mit PKB kleiner gleich 0 ist eine starke Basis. Logischerweise alles größer 0 ist dann immer schwach. Jetzt kommen wir zu einer Kernessenz. Und zwar starke Säuren und Basen liegen tatsächlich fast vollständig dissoziiert vor. Was bedeutet, dass die Konzentration der Wasserstoff-Ionen bzw. der Hydronium-Ionen und der Hydroxid-Ionen, halt hier in dem, ob es eine Säure oder eine Basis, immer der Konzentration der entsprechenden Säure, HA, bzw. Base, BOH, entsprechen. Das sind die chemischen Kurzel. Wir können also sagen, C, HA, Konzentration der Säure, ist gleich der Konzentration der Wasserstoff-Ionen, CH+, und Konzentration der Base, Lauge, BOH, entspricht der Konzentration der Hydroxid-Ionen, COH-. Das ist wichtig für folgende Herleitung. Nehmen wir ein Beispiel nämlich. Beispiel 1 errechnet den pH-Wert der starken Säure-Salzsäure mit einer Konzentration von 0,01 Mol pro Liter. Wir wissen, wie der pH-Wert definiert ist. Er ist der negative dekatische Logarithmus der Wasserstoff- bzw. Hydroxid-Ionen-Konzentration. Wir haben hier eine starke Säure, habe ich euch hier angegeben. Das heißt, die Konzentration der HCl ist dasselbe wie die Konzentration der Wasserstoff-Ionen, ist damit 0,01 Mol pro Liter. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir brauchen, um den pH-Wert zu errechnen. Wir setzen einfach die Konzentration ein, gehen jetzt also den negativen dekatischen Logarithmus von 0,01 und wissen, aha, der pH-Wert einer 0,01 Molaren Salzsäure ist gleich 2. Ähnlich verhält es sich mit den Laugen. Man muss hier nur einen kleinen Umweg gehen. Wir nehmen deswegen mal Beispiel 2. Errechnen den pH-Wert der starken Base Natronlaug, NOH, mit einer Konzentration von 0,05 Mol pro Liter. Der pH ist ja definiert als der negative dekatische Logarithmus der Hydroxid-Ionen-Konzentration. Wir haben gesagt, es ist eine starke Base, daher können wir sagen, sie liegt vollständig desoziiert vor. Das heißt, die Konzentration der Natronlaug, die hier gegeben ist, ist genau wie die Konzentration der Hydroxid-Ionen und die ist 0,05 Mol pro Liter. Können wir direkt in unsere pH-Formel einsetzen. Das ist dann minus der dekatische Logarithmus von 0,05 und das ist 1,3. Aber wir wollen ja einen pH-Wert haben. Das ist jetzt der pOH-Wert. Aber es gibt ja einen logischen Zusammenhang zwischen pH und pOH-Wert. Und zwar die Summe aus beiden muss ja aufgrund des Ionproduktes Wassers 14 sein. Wir haben ja gerade vor uns uns angeschaut, dass das Ionprodukt des Wassers, das da rauskommt für die Hydroxid- und bis heiße die Hydronium-Ionen, 7. Einmal für die, dann nochmal für die Hydroxid-Ionen, macht zusammen 14. Das heißt, wenn 14 die Summe aus beiden ist, aus dem pH-Wert und dem pOH-Wert, können wir umstellen nach pH, indem wir minus pOH rechnen. Dann haben wir, der pH-Wert ist 14 minus den pOH-Wert. In unserem Fall ist das jetzt also 14 minus 1,3. Das heißt, der pH-Wert einer 0,05-Molar-Natron-Lauge ist 12,7. Ergibt auch Sinn, ist sehr basisch. Okay. Beachten muss man hierbei allerdings, dass bei starken Säuren, die mehr als nur ein Wasserstoff-Ion und bei Basen die mehr als nur ein Hydroxid-Ion abgeben, die Konzentration dieser entsprechend vervielfältigt werden muss. Machen wir wieder ein Beispiel für die Säure. Sollte der pH-Wert der starken Säure-Schwefelsäure, H2SO4, wird eine Konzentration von 0,01 Mol pro Liter errechnet werden. Unsere pH-Formel ist der negative Dekatsch-Logarithmus der Wasserstoff- oder Hydroxidronium-Ion-Konzentration. Müssen wir uns jetzt die Dissoziation von H2SO4 anschauen. Klar, sie dissoziiert in zwei Wasserstoff-Ionen plus Sulfat-Rest-Ionen. Ja, manche werden jetzt auch nicht sagen. Moment, das stimmt nicht ganz. Erstmal reagiert H2SO4 zu HSO4- plus H+, und dann im nächsten Schritt ist korrekt. Für die Berechnung aber unerheblich, in wie viele Einzelschritte die das Glieder haben. Am Ende dissoziiert sie ja vollständig in zwei Protonen und in Sulfat-Ionen hier. Deswegen können wir das so lassen. Das ist eine starke Säure. Das gilt natürlich grundsätzlich die Konzentration der Säure ist gleich Konzentration der Wasserstoff- oder Hydroxidronium-Ionen. Und wie wir aus der Dissoziationsgleichung sehen, entstehen pro Teilchen der Säure zwei Wasserstoff-Ionen. Deswegen gelten muss, dass wir hier die doppelte Konzentration nehmen müssen. Das heißt, wir haben dann für die Wasserstoff-Ionen-Konzentration zweimal die Konzentration der Schwefelsäure. Das heißt, zweimal 0,01 und das ist 0,02. Das ist unsere Wasserstoff-Ionen-Konzentration. So, setzen wir das in unsere PVH-Formel ein, erhalten wir den negativen Dekatischen-Lokarithmus von 0,02. Und das ist 1,7. Das ist der pH-Wert. Macht auch Sinn, wenn wir überlegen, wir haben vor uns auch eine 0,01-Molare, die nur ein Proton abgegeben hat. Da war der pH-Wert 2. Hier werden quasi doppelt so viele Wasserstoff-Ionen abgegeben. Es muss also ein bisschen saurer sein. Okay. Für Laugen geht das auch. Allerdings muss ich hier gleich sagen, starke Laugen gibt es nicht allzu viele. Die, die am ehesten uns begegnen wird, die mehr als ein Hydroxid-Ion hat, ist Radiumhydroxid Ra in Klammern OH zweimal. Hier als Beispiel soll die 0,05 Mol pro Liter betragen. Das heißt, sie dissoziiert in zwei Hydroxid-Ionen plus das Radium-Ion. Da es eine starke Basis ist, können wir sagen, die Konzentration der Baselauge ist gleich der Konzentration der Hydroxid-Ionen. Allerdings, da sie ja in zwei Teilchen Hydroxid-Ionen dissoziiert, müssen wir die Konzentration quasi verdoppeln. Haben wir also zweimal 0,05. Das ergibt 0,1. Das können wir ganz normal in unserer pH-Formel, Entschuldigung, die pOH-Formel einsetzen. Dadurch erhalten wir dann, das ist der negative dekaltische Logarithmus von 0,1. Der pOH ist also 1. Jetzt machen wir den kleinen Trick, dass wir den pH-Wert über den pOH-Wert berechnen, indem wir die Formel 14 ist gleich pH plus pOH umstellen nach pH. Woher dann kommen wir auf pH ist gleich 14 minus pOH. Das ist dann also 14 minus 1 ist gleich 13. 13 ist also der pH-Wert von Radiumhydroxid. Das ist natürlich nur in Lösung, nicht als Feststoff. Okay, das war's zu den starken Säuren und Laugen. Um das ein bisschen zu üben, möchte ich euch bitten, dass ihr Stiftpapier, was auch immer, zur Hand nehmt und folgende Aufgaben löst, damit ihr auch für euch selber feststellen könnt, ob ihr denn jetzt seittelfest seid, ob ihr es verstanden habt. Und ich möchte natürlich, dass ihr das anwendet, auch damit sich das ein bisschen ins Gedächtnis festsetzt, denn nur was man übt und wiederholt, bleibt auch im Gedächtnis. Ich springe natürlich wieder zu der Lösung. Ihr pausiert an der besten Stelle das Video und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Hierfür benötigt ich vier Folien. Oben habe ich nochmal die pH-Formel hingeschrieben, weil wir die jetzt für die ersten Beispiele, die ja Säuren waren, benötigen. A war hierbei gewesen, dass die Bromwasserstoffsäure HBr mit einer Konzentration von 0,5 Mol pro Litern, dass deren pH-Wert errechnet werden sollte. Ja, wir können sagen, es ist eine starke Säure, das heißt, die Konzentration der Säure ist gleich Konzentration der Wasserstoff-Ionen. Setzen wir jetzt unsere pH-Formel ein, müssen wir jetzt den negativen dekadischen Logarithmus von 0,5 berechnen und das ist 0,3. B war ein bisschen schwerer, hier hatten wir die Selensäure mit H2SeO4 und einer Konzentration von 0,05 Mol pro Liter. Die dissoziiert natürlich in den Selensulfat-Rest-Ionen und zwei Wasserstoff-Ionen. Das heißt, die Konzentration müssen wir quasi verdoppeln, haben dann also für die Konzentration der Wasserstoff, beziehungsweise H2 mal 0,05 Mol pro Liter, was 0,1 Mol pro Liter gibt. Setzen wir das in unsere pH-Formel ein, haben wir den negativen dekadischen Logarithmus von 0,1 und das ist gleich 1. C war ähnlich, da hatten wir die P-Oxid-Phosphorsäure H4P2O8 mit einer Konzentration von 0,01 Mol pro Liter. Die dissoziiert natürlich insgesamt in vier Protonen, beziehungsweise Wasserstoff-Ionen, das heißt, wir müssen die Konzentration mal 4 nehmen, ist also 4 mal 0,01 Mol pro Liter, haben also eine Konzentration von Wasserstoff, beziehungsweise Ultronium-Ionen, von 0,04 Mol pro Liter. Die setzen wir mit uns in die pH-Formel ein, weswegen wir den negativen dekadischen Logarithmus von 0,04 brauchen. Und das ist 1,4. Ja, damit sind wir bei D angelangt, wo es jetzt um die Basen und Laugen geht. Hier müssen wir den kleinen Umweg über den POH-Wert gehen. Gegeben hatten wir hier K-Hydroxid, KOH, mit einer Konzentration von 1 Mol pro Liter. Ja, wir können sagen, die Konzentration der Hydroxid-Ionen ist gleich mit unserer Lauge, da sie ja in K- und OH- dissoziiert, also gleichmäßig. Das heißt, wir können direkt 1 Mol pro Liter nehmen und unsere POH-Formel einsetzen, ist dann der negative dekadische Logarithmus von 1. Ja, Log von 1 ist 0. Jetzt gehen wir mit dem kleinen Umweg, in dem wir die pH-Formel erstellen. Grundsätzlich können wir von 14 ist gleich pH plus POH ausgehen. Stellen wir nach pH um, haben dann 14 minus POH. Setzen für POH unsere Null ein, haben dann 14 minus 0. Und das heißt, der pH-Wert unserer 1 Molaren Kariumhydroxid-Lauge ist gleich 14. E. Rubitiumhydroxid, RbOH, mit einer Konzentration von 0,00001 Mol pro Liter, also echt eine ganz, ganz schwach konzentrierte Lauge. Eigentlich genau gleiches Prinzip, sie dissoziiert wieder gleichmäßig, weswegen wir die Konzentration gleichsetzen können. Setzen wir auch wieder unseren POH dafür ein, ist dann der negative dekadische Logarithmus von 0,00001 Mol pro Liter, macht 5. Wie gehen wir den Umweg, in dem wir den pH-Wert über den POH-Wert ermitteln, also rechnen wir 14 minus POH, ist also 14 minus 5, und haben einen pH-Wert von 9. F. Hier soll Radiumhydroxid, RAOH in Klammern zweimal, mit einer Konzentration von 0,001 Mol pro Liter berechnet werden. Kniffliger an der Aufgabe ist, dass wir jetzt quasi drei Schritte brauchen. Der erste Schritt ist, wir müssen die Dissoziation betrachten, und wir sehen natürlich, dass sie in zwei Hydroxid-Ionen dissoziiert, als starke Lauge dissoziiert ja vollständig. Wir müssen also die Konzentration verdoppeln, haben dann also zweimal 0,001 Mol pro Liter, ist 0,02 Mol pro Liter. Okay, der erste Schritt, Konzentration OH-, ermittelt. Zweiter Schritt, POH berechnen, ist ein negativer dekadische Logarithmus von 0,02 in dem Fall, macht 1,7. Abgehakt. Dritter Schritt, pH-Wert berechnen, indem wir die pH-Formel aus dem Ionprodukt des Wassers erstellen, ist dann also pH ist 14 minus POH, ist also 14 minus 1,7, ist 12,3. Damit haben wir den pH-Wert quasi in drei Schritten berechnet von unserem Radiumhydroxid hier. Damit haben wir die starken Säuren und Laugen hinter uns gelassen. Machen wir gleich weiter mit den schwachen Säuren und Laugen. Ihr seht, ich habe hier die ersten Sachen kopiert, weil ja quasi diese Sachen für beide mehr oder weniger identisch sind. Nur, wie ich schon angedeutet habe, die Berechnung ist anders, weil die chemische Logik dahinter etwas andere ist. Erst einmal müssen wir sagen, laut Definition ist eine Säure, die ein PKS größer 0 hat, eine schwache Säure und eine Lauge, beziehungsweise Base, mit einem PKP größer 0 eine schwache Base, beziehungsweise Lauge. Davon ausgehend haben wir einen Gegensatz zu den starken Säuren und Basen, denn hier die schwachen Säuren und Basen liegen nicht vollständig dissoziiert vor. Das heißt, wir können die Konzentration der Wasserstoff, beziehungsweise Hydroxidion, nicht je in der Säure, beziehungsweise Base setzen. Quasi ist ungleich. Dieser Trick, den wir bei den starken Säuren und Laugen gemacht haben, funktioniert hier einfach nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie bestimmen, welcher Anteil wirklich dissoziiert vorliegt und das können wir mittels Massenwirkungssatz über die Massenwirkungskonstante machen. Ich mache das parallel für beides, weil quasi nur der Unterschied in den Begriffen ist, statt PKS, PKP, statt Wasserstoff-Ion-Konzentration haben wir die Hydroxid-Ion-Konzentration und so weiter. Die Logik ist aber bei beiden dieselben. Erst einmal Säuren dissoziieren, natürlich in HA plus H2O als Edukte, die Säure plus Wasser, reagiert zum Säurerest plus Hydronium-Ion, beziehungsweise Wasserstoff-Ion, je nachdem wie die Base reagiert mit Wasser zu dem Basenhydrat, BH+, und dem Hydroxid-Ion, OH-. Für Säuren gilt dasselbe wie für Basen, nur mit dem Unterschied, bei Säuren die Massenwirkungskonstante wird Säurekonstante genannt, bei der Basen wird sie Basenkonstante genannt, Kb. Und definiert ist beides als der Quotient aus dem Produkt der Produkte, geteilt durch den Produkt der Edukte. Ist klar, das Massenwirkungssatz ist ja so definiert. Für die Säuren haben wir also Ks ist gleich Ca minus mal CH3O plus durch Ca mal CH2O. Für Basen haben wir Kb ist CbH plus mal Coh minus geteilt durch Cb mal CH2O. Ihr seht identisch, nur die Begriffe ein bisschen anders. Davon ausgehend können wir für die Säuren sagen, dass die Konzentration des Säurerests A minus gleich der Konzentration der Hydronium-Ionen, das heißt Wasserstoff-Ionen, H3O plus sein muss. Für Basen können wir sagen, die Konzentration des Basenhydrats BH plus muss ja der Konzentration der Hydroxid-Ionen OH minus gleich sein. Daher gilt für Säuren Ca minus mal CH3O plus ist CH3O plus zum Quadrat. Für Basen CuH minus mal CbH plus ist gleich CuH minus zum Quadrat. Das setzen wir in unsere entsprechenden Formel ein. Da halten wir für Säuren Ks ist CH3O plus zum Quadrat durch Cha mal CH2O. Für die Basen haben wir Kb ist dann Coh minus zum Quadrat geteilt durch Cb mal CH2O. Weiter geht's. Die Konzentration des Wassers können wir in beiden Fällen gleich eins setzen. Damit haben wir bei Säuren Ks ist CH3O plus zum Quadrat durch Cha mal 1 also durch Cha 1 kann man weglassen. Für die Basen ist es selbe, nur mit den anderen Ionen, mit den Hydroxid-Ionen. Kb ist Coh minus zum Quadrat durch Cb mal 1 also insgesamt nur durch Cb haben wir schon deutlich vereinfacht. Jetzt stellen wir um bei den Säurenrechnen mal der Konzentration der Säure für die Basen mal der Konzentration der Base. Für Säuren haben wir dann das dass Ks mal Ks mal gleich CH3O plus zum Quadrat ist. Für die Basen haben wir Kb mal Cb ist Coh minus zum Quadrat. Das können wir jetzt in Logarithmieren, sollten wir auch tun. Da bekommen wir für die Säuren das der Logarithmus von Ks plus der Logarithmus der Konzentration der Säure gleich den zweifachen Logarithmus der Hydroxid-Ionen-Konzentration ist. Achtung für alle die sagen Moment da oben steht auch Ks mal Cha warum steht der jetzt auf 1 plus? Denkt dran wenn man etwas logarithmiert dann wird aus einem Produkt eine Summe und aus einem Quotienten eine Differenz. Deswegen wird hier aus mal plus. Für die Basen ist es ähnlich wir haben da jetzt Log Kb plus Log Cb ist zweimal den Logarithmus Coh minus. Für die Säuren gilt ja dass der Logarithmus von Ks gleich minus Pks ist wegen negativer Dekatio-Logarithmus der Hydroxid-Ionen-Konzentration dementsprechend natürlich auch der Logarithmus von C H3O plus ist gleich minus pH für die Basen quasi dasselbe nur mit Kb ist gleich minus Pkb und Logarithmus Coh ist gleich minus Poh setzen wir das in unsere Formel ein erhalten wir für die Säuren minus Pks plus den Logarithmus von Cha ist gleich minus 2 pH für die Basen minus Pkb plus den Logarithmus von Cb ist minus 2 mal Poh so das machen wir jetzt noch ein bisschen schön rechnen mal minus 1,5 dann haben wir nämlich unsere Formel zur Berechnung des pH- und pH-Werts pH- und pH-Wert ist für die Säure natürlich der pH-Wert der dann ist 1,5 mal in Klammern Pks minus den Logarithmus der Konzentration einer Säure und für unsere Base pH- und pH-Werts Poh- und pH-Werts wurden jeweils wurden jeweils in Tafelwerken schon niedergeschrieben da sie rechnerisch und experimentell bestimmt wurden wichtig hierbei ist noch zu erwähnen dass es absolut unwichtig ist wie viele Wasserstoff besessen Hydroxid-Ionen in Säure oder Lauge dissoziiert denn den Pks und PKB Werten ist es bereits berücksichtigt das heißt wir können diese direkt verwenden und müssen nicht sage ich mal noch diesen kleinen Umweg gehen die Konzentration entsprechend anzupassen und die zweite Begründung ist wir haben hier schwache Säuren und schwache Basen das Problem warum wir überhaupt diese ganze Formel hier erstellen müssen ist dass sie halt nicht komplett dissoziieren denken wir jetzt weiter haben wir jetzt eine Säure als Beispiel das gelbige für Basen die in zwei Hydroxid-Ionen das heißt Wasserstoff-Ionen dissoziiert oder noch mehr wenn wir schon sagen dass eine mit einem einzigen Wasserstoff-Ionen nur schwach dissoziiert dann kann man sich vorstellen eine die mehr hat die wird chemisch gesehen noch viel weniger dissoziieren also das zweite Wasserstoff oder dritte oder vierte abgeben weil es eine Gleichschwichtreaktion das heißt wir haben dann auf der Produktseite bereits Wasserstoff-Ionen die quasi dann eine weitere Dissoziation noch weiter verschlechtert das heißt in der ersten Stufe dissoziiert eine Säure oder Lauge die schwach ist schwach wenn sie halt so ein PKB oder PKS größer als 0 hat in der zweiten Stufe müssen wir dann sagen es tut sie sehr schwach oder noch schwacher dissoziieren weil ja bereits im Gleichgewicht die entsprechenden Ionen vorhanden sind durch die erste Dissoziationsstufe deswegen können wir direkt die Formel da oben verwenden und PKS und PKB jeweils einsetzen ich hätte euch jetzt auch einfach nur die Formel geben können habe ich aber nicht gemacht weil ich finde dass sowohl Internet als auch in den diversen chemischen Büchern die ich hier habe aus meinem Studium teilweise und teilweise aus meiner Schulzeit und auch ein bisschen aus meinen Hobbys da ist eigentlich diese Herleitung nie richtig drin es sind da so ein paar Zwischenstufen ich wollte es aber gerne mal genau machen damit ihr auch seht warum das denn überhaupt ist ich finde es nämlich als Wissenschaftler immer interessant es geht ja nicht darum nur aha was ist das Ziel sondern auch wie ist der Weg dahin warum tue ich das wieso funktioniert das denn wenn ich nicht verstehe was ich mache ist eigentlich das was ich mache gar nicht mehr so wichtig und vor allem wenn das was ich mache dann sich irgendwann als falsch rausstellt weiß ich nicht mehr warum ok soviel jetzt zum Wissenschaftstheorem damit haben wir jetzt unsere Formeln die wir benötigen für schwache Säuren und Basen für die starken haben wir es ja schon dazu machen wir eine kleine Übung links für eine Säure hier soll die Phosphorsäure H3PO4 mit einer Konzentration von 0,1 Mol pro Liter und einem PKS von 2,13 berechnet werden der pH-Wert je nach Tafelwerk oder Nachschlagewerk können die PKP und PKS-Werte ein wenig variieren das was ich jetzt hier habe ist Stand Mai 2017 man kann jetzt sagen das ist jetzt nicht mega aktuell ist mehr als ein Jahr her aber die werden nicht permanent neu bestimmt kann auch sein dass es aktuelle Werte gibt ihr könnt natürlich gerne die andere nehmen es wird nur geringfügig abweichen ich habe zum Beispiel eine alte Quelle gefunden da stand noch 2,14 ist also eigentlich vernachlässigbar da ja quasi diese Formel die wir erstellt haben eigentlich nur eine Nährung ist man müsste komplett über das Massenwährungsgesetz mit den Konzentrationen gehen ist da meistens nicht so wichtig so mega genau Werte zu haben das genügt ok das hier ist unsere Formel dafür die haben wir gerade erstellt ich muss nicht erklären wieso die so ist setzen wir jetzt einfach unsere Werte ein da haben wir ein halbmal in Klammern den PKS von 2,13 minus den dekatschen Logarithmus der Konzentration von 0,1 Klammer zu haben also ein halbmal in Klammern 2,13 plus 1 und wenn wir das durchrechnen kommen wir auf ein pH von 1,565 damit seht ihr was ich von Anfang gesagt habe Berechnung deutlich einfacher chemische Logik dahinter deutlich schwerer so für Laugen ist es ähnlich pH-Wert von Eisen-3-Hydroxid-Lösung FeOH in Klammern 3 mal mit einer Konzentration von 0,2 Mol pro Liter und PKB gleich 7,11 unsere POH-Formel haben wir hier setzen einfach ein haben dann ein halbmal in Klammern den PKB von 7,11 minus den dekatschen Logarithmus der Konzentration die dann 0,2 Mol pro Liter war haben dann also ein halbmal in Klammern 7,11 plus 1,7 Klammer zu und das ergibt 4,405 das allerdings erst der POH-Wert wir wollen den pH-Wert haben gehen also wieder über das Ionprodukt des Wassers das wir umstellen nach pH womit wir dann nur noch 14 minus POH rechnen müssen ist dann 14 minus 4,405 und ergibt ein pH-Wert von 9,595 ja das ist eigentlich das ganze greifen das ihr seht ist einfacher zu berechnen ich kann die Dissoziation quasi vollkommen vernachlässigen einfach mit den gegebenen Werten rechnen dazu machen wir natürlich wieder eine kleine Übung hier soll für folgende schwache Säuren und Laugen der pH-Wert berechnet werden gegeben ist eigentlich immer alles als die Konstellation und die PKB das heißt PKS-Werte ich empfehle euch natürlich wieder Stiftpapier was auch immer zu nehmen und die Aufgaben zu lösen damit ihr es ein bisschen übt und wie immer springe ich natürlich zur Lösung bringt ja nichts für mich hier zu warten ich weiß nicht wann ihr fertig seid aber ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und wir vergleichen am Abend hoffen dass wir dass wir selber raus haben viel Erfolg ok kommen wir zur Lösung oben habe ich natürlich wieder die Formel hingeschrieben damit wir den mal im Blick haben bei A hatten wir die schweflige Säure H3SO3 die eine Konstellation von 0,5 mol pro Liter bei einem PKS von 1,92 hat wir müssen jetzt nicht erwähnen dass das hier eine schwache Säure ist denn die Aufgabe lautet schon schwache Säuren und Basen aber wir werden es auch daran erkennen dass der PKS größer gleich null ist das heißt später bei den PKS größer gleich null können also unsere Formel für die schwachen Säuren nehmen und setzen unsere Wert ein haben dann ein halbmal auf 1,92 minus den dekatschen logarithmus von 0,5 Klammer zu haben also ein halbmal in Klammern 1,92 plus 0,3 Klammer zu das ergibt ein pH Wert von 1,11 b die selenige Säure H2SO3 SeO3 mit einer Konstellation von 0,05 Mol pro Liter und ein PKS von 2,62 haben dann den pH-Wert 1,5 mal Klammer auf 2,62 minus der dekatsche logarithmus von 0,05 Klammer zu also 1,5 mal Klammern 2,62 plus 1,3 Klammer zu und das ist 1,96 ja C ist genauso einfach hier haben wir die Diprom Essigsäure CBR2 HCOH HCOH ist so die typische organische Säuregruppe mit C gleich 0,01 Mol pro Liter und PKS gleich 1,39 auch das setzen wir einfach nur wieder ein haben dann ein halbmal in Klammern 1,39 minus der negativ dekatsche logarithmus von 0,01 ist also ein halbmal 1,39 plus 2 macht 1,6 95 ihr seht ich brauche jetzt nicht viel zu erklären es ist quasi gegebene Werte in eine berechnete Formel einsetzen man kann ja auch nicht wirklich viele Tricks machen denn man hat eigentlich immer ein Tafelwerk zur Verfügung und da finden wir die PKS und PKB Werte das heißt die einzige unbekannte Variable die wir hier in der Formel haben wären die jeweiligen Konzentration das was man machen könnte wäre quasi dass man die Konzentration nicht gibt sondern errechnen muss das werde ich dann später auch mit euch machen aber ich wollte es nicht hier machen wo wir darum rechnen sondern wenn wir dann im Bereich der analytischen Chemie kommen und und da genauer dann bei der quantitativen analytischen Chemie da werden wir auf das hier wieder zurückgreifen und ja das brauchen wir dann um die Konzentration auch zu bestimmen aber dazu später sind noch ein paar Vorlesungen bis dahin jetzt machen wir erstmal weiter mit den Aufgaben wo wir Lauben das heißt Basen hatten bei D war das Ethylhydrazin C2H5N2H3 mit einer Konzentration von 1 Mol pro Liter und ein PKB von 6,01 seht nicht allzu stark die Basen mit 6 der POH ist oben die Formel wir setzen wieder nur ein haben dann ein halbmal in Klammern 6,01 minus Logarithmus 1 ist also ein halbmal in Klammern 6,01 plus 0 Klammern zu ist 3,05 als gehen wir wieder über Ionenprodukt des Wassers und rechnen deswegen 14 minus POH also 14 minus 3,05 das ergibt 10,95 da sieht man schon wenn 7 neutral ist und 14 maximal basisch ist das irgendwo in der Mitte so mittelbasisch ok E Calciumhydroxid CaOH in Klammern zweimal mit einer Konzentration von 2 Mol pro Liter und einem PKB von 1,37 einziger Trick war hier dass der Logarithmus jetzt positiv wird und deswegen der Formel wir Minus rechnen müssen wir setzen aber unsere Formel erstmal ein haben 1,5 mal in Klammern 1,37 minus den dekatschen Logarithmus von 2 Klammer zu ist also 1,5 mal 1,37 minus 0,3 Klammer zu das ergibt 0,535 für den POH Wert über das Ionenprodukt des Wassers haben wir dann 14 minus POH für den pH Wert ist also 14 minus 0,535 ist 13,465 ist ein ziemlich hoher pH Wert für eine schwache Base aber muss ich denken 2 Mol pro Liter ist eine extrem hohe Konzentration und last but not least F Thorium 4 Hydroxid TH in Klammern OH 4 mal mit einer Konzentration von 0,2 Mol pro Liter und einem PKP von 8,2 einfach wieder blinddings in die Formel eingesetzt ist ein halbmal in Klammern 8,2 minus den negativen dekatschen Logarithmus von 0,2 eigentlich plus den in Klammern 8,2 plus 0,7 Klammer zu ist gleich 4,45 Ihr kennt das Spiel I und Produkt des Wassers pH ist gleich 14 minus pOH also 14 minus 4,45 ist ein pH Wert von 9,55 Ja damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt und haben das Thema Säuren und Basen auch insgesamt damit beendet im ersten Teil haben wir uns halt anschaut was sind Säuren und Basen wie sind definiert was für Eigenschaften haben die haben da auch schon quasi ein bisschen über den pH Wert gesprochen hier haben wir eigentlich jetzt quasi den pH Wert pks und pkp Wert wirklich vertieft und Säuren ihre Stärke Basen und ihre Stärke berechnet über die verschiedenen Werte ja das ist eigentlich alles was man dazu wissen muss ich hoffe es war für euch lehrreich und interessant hoffe wenn ihr übel das gemacht habt um euer Wissen zu vertiefen egal für das Studium Schule was auch immer das euch ein bisschen geholfen hat vielleicht auch für irgendwelche Klausuren etc. vorbereitet hat denn ja eigentlich wie bei jeder Naturwissenschaft das baut alles aufeinander auf spätestens bei der analytischen Chemie wie schon angedeutet werden wir das benötigen aber bis dahin ist ja noch eine Weile ich verabschiede mich wünsche euch einen wunderschönen Tag hoffe es hat euch gefallen eine gute Bewertung würde ich mich sehr freuen Lob Kritik kann man natürlich auch immer anbringen niemand ist fehlerfrei und ja dadurch weiß ich eigentlich auch was euch gefällt was euch nicht so gefällt und kann vielleicht dazu führen dass meine Videos für euch noch informativer werden so jetzt aber genug geredet jetzt sage ich wirklich Tschüss denn